Also ich spiel jetzt GTA und generell nochmal für die Neueinsteiger gewinne, gewinne, gewinne. Das ist das Mikrofon ja, ne? Nein, das ist das Mikrofon. Hi, let's go. Ich war ja für mein Experiment einen Tag lang komplett blind und das ist nämlich jetzt genau gerade. Und jetzt spielen Sophie und ich GTA. Das heißt, sie steuert nicht, ich spiel GTA komplett blind, ich seh gar nichts. Wir haben das Ziel, einen NPC zu killen, dann nen Stern zu haben, dann kommen ja die Polizisten, dann holen wir uns ein Auto und dann verpfeifen wir uns mit dem Auto und flüchten davor komplett blind und die Sophie muss mir die Anweisungen geben. Okay, wo bin ich? Ich kann hier schon mal blind rumlaufen? Äh, also, wir müssen jetzt einen umbringen, damit wir einen Stern kriegen. Okay. Ach, wir werden gleich überfahren, pass auf. Wenn du jetzt F drückst, dann kannst du das Auto klauen. Echt? Ja. Jetzt fahr, 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 so es klaut er sich zurück. Worin? Na, ein bisschen nach links. Ah, ah, ein bisschen nach rechts. Ah, so, geradeaus, 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 geradeaus. Links, ja, 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 nein, ein bisschen nach rechts. Bist du auf der falschen Spur? Ja. Verachtung, der kommt wieder, muss sein Auto zurück. Der hat sich sein Auto zurück. Kann ich den boxen? Ja, jetzt, schlag, 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 schlag nochmal. Normal, normal. Normal. Haben wir einen Stern? Ähm, ja. Nice, das ist das Ziel, okay. Fahr, 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 da kommt die Polizei. Okay. Digga, du versuchst! Mann, Digga, du musst uns sagen, wo ich gehen soll. Ah, fahr weiter. Fahr, 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 fahr. Warte, stopp, links, 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 links. Ja. Ich habe gesagt, ein bisschen, nicht komplett. Du, du bist ausgestiegen, nur zum Kopf. Die ballert dich jetzt ab. Du bist so, du, du. Wie kann ich wieder einsteigen? Mann, ja, okay, das lag jetzt auch ein bisschen an der Kommunikation, also. So, okay, jetzt, ich gehe weiter, ja, genau, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Ah. Und jetzt, fahr los, fahr los, fahr los. Nein, du bist wieder ausgestiegen. Nein, okay. Schlag ihn, schlag ihn. Du bist auf der Wald. Haben wir noch einen Stern? Boah, nein, links, 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 links. Äh, rechts. Mann, das macht gar keinen Sinn. Links, 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 nicht so schnell. Rechts, rechts. Mann. Das ist leider ungefähr. Rückwärts. Komm, leid, ich sehe nichts. Rückwärts. Fahr geradeaus, fahr geradeaus, fahr ihn um. Fahr ihn nochmal dann. Wirst du tot? Nee, das gibt's schon. Geil. Ja, genau. Wann, stopp ein bisschen links? Ja, nein, minimal. Ja. Und er ist wieder auf der Landspur. Mit minimalen meine ich, du sagst so korrigieren. Ja, bin ich passt? Wie fahr ich? Fahrbrücken gestanden. Ja, ich fahr immer noch, das ist voll gut. Wir müssen es gleich mal andersrum machen, dass ich dir sag, wo du musst. Okay. Okay, nee, steig aus. Ja, genau. Das ist eine Leiter. Wirst du immer hoch. Stopp. Nach rechts drehen. Ja, ja. Ja, weiter, 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 weiter. Wir klettern die Leiter hoch. Nice. Wir klettern die Leiter hoch. Stark. Okay. Let's go. Du hast es aus dem Kanal komplett rausgeschafft. Hab ich Waffen? Ja. Aber da ist keine Munition. Wollen wir entladen? Wir können da vorne aus dem Shop, wir können ihn überfallen. Okay, ja, 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 genau, genau, genau. Noch ein bisschen nach links. Und jetzt? So, wir sind im Shop. Wir sind im Shop. Lass mich mal kurz auf ihn aimen, schon davor, bevor ich die Waffe ziehe. Ich schaue auf ihn. Ja. Fadenkreuz schon drauf. Ja, du hast keinen Fadenkreuz, wenn du keine Waffe hast. Nichts nach links. Ja. Ja. Jetzt, rechts, rechts, rechts. Okay. Äh, hoch, rechts, rechts. Wohin? Nein, jetzt ist er abgehauen. Wohin? Hallo? Ey, da raus, da raus. Wohin? Der Typ ist halt abgehauen. Nach unten, aim, nach unten, nach unten, nach unten. Na, stopp, 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 du stehst vor dem. Ja. Der soll dir das Geld geben. Warum gibt dir das Geld? Ich versteck dir das Gesicht. So ein Kelm? Keine Ahnung. Mach. Vor dem Boxen noch ein bisschen. Stopp, stopp, runter, stopp. Stopp. Ja, jetzt hast du ihm ins Knie geschossen. Was? Oder du hast gestorben. Let's go. Hat er Geld gedroppt? Nee. So ein Opfer. Mann! Jetzt kommt jetzt gleich nach die Polizei, ne? Oh, lost. Kannst du jetzt E, drücke E. Was macht das? Geld nehmen. Ah, nice. Ich glaub, schon drei Sterne in der Store. Fuckin. Die ist noch von der Tür. Drück Kuh, drück Kuh, 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 Kuh. 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 Mach ich doch. Nein. Ich drück Kuh. Du drückst nicht Kuh. Mann, doch. Nein. Wo ist denn Kuh? Da oben. Ja. Ich würde mal sagen, das war es auf jeden Fall von diesem Video. Wir haben unser Bestes gegeben. Bonny und Clyde mal ganz anders. Ja, also das war ein toller Raubengefall. Danke dafür. Schaut gerne bei Sophie vorbei. Wenn es euch gefallen hat, dann guckt gerne meine Twitch-Fallers an. Das ist nämlich gerade in einem Stream passiert. Und abonniert gerne diesen Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also sehen ist es natürlich gut. Weil wenn es beim nächsten Mal macht. Es ist gut. Tschau.